Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin gerade bei meinem Aquarium, wie man uns schwer erkennen kann. Ich habe gerade das Licht einmal heller gestellt für euch und weniger blau. Ja, in den letzten Wochen hat sich ganz schön viel getan in meinem Meerwasser-Aquarium. Ich habe gerade eben den Abschäumer sauber gemacht und jetzt ist das Wasser wieder mit Blubberblasen voll. Aber ich zeige es euch gleich trotzdem mal. Ich muss da hingucken. Es hat sich einiges getan. Ich habe ganz viele Korallen gekauft. Naja, was heißt ganz viele? Erstmal sechs Stück. Schnecken, Einsiedlerkrebse und habe nochmal das Layout ein bisschen verändern müssen, weil der Stein nicht gehalten hat. Dann hat der Korallenkleber nicht gehalten. Dann musste ich noch neuen kaufen. War zwischenzeitlich im Urlaub, hat auch super geklappt. Und jetzt langsam pendelt es sich ein. Ich habe keine Algenbildung mehr auf dem Boden. Und ich würde jetzt sagen, jetzt ist das Becken eigentlich ganz gut. Ich muss jetzt noch die Werte im Blick behalten. Da tue ich mich noch so ein bisschen schwer. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Bald steht noch ein Urlaub an und dann ist das Becken ein bisschen länger alleine. Da habe ich mir jetzt schon ein paar Sachen gekauft, aber vielleicht dazu später mehr. Ich habe jetzt hier auch so eine kleine Kamera, sodass ich das Becken, auch wenn ich im Wohnzimmer sitze oder im Urlaub bin, im Blick behalte. Ich habe natürlich einen Kumpel, der da vielleicht hier gegebenenfalls runtergehen kann und mal Wasser nachfüllen oder so. Werde ich auf jeden Fall vorher einen guten Wasserwechsel machen. Damit klappt das auch echt gut. Regelmäßigkeit, so la la, muss ich mich erst dran gewöhnen, weil bei dem Becken, seht ihr ja, da habe ich jetzt länger nichts gemacht. Also habe ich jetzt einfach mal dieses Grünzeug wachsen lassen. Die stehen jetzt auch vier Wochen, glaube ich, seit letztem Wasserwechsel. Und seit letztem Rückschnitt sind jetzt auch wieder fällig. Mache ich vor dem Urlaub. Der ist aber noch ein bisschen hin. Das heißt, ich muss noch einmal Wasserwechsel machen und dann nochmal, bevor wir losfahren. Kommt ihr noch mit? Und ja, auf jeden Fall hatte ich mich länger nicht gemeldet, aber ich wollte euch jetzt ein Update geben. Ich hatte auch nicht so richtig Lust auf YouTube, muss ich ehrlich gestehen. Sommerloch und so weiter. Ja, aber ich möchte euch auf dem Laufen halten, auch für mich, weil ich das mir später meistens gerne angucke. Auch die Kampflisch-Videos. Und jetzt zeige ich euch mal eben das Becken. Hi ihr Lieben, ich sitze gerade im Auto und ich war gerade bei Murzeg drin und ich habe jetzt meine ersten Korallen gekauft. Ich wurde super gut beraten. Das Angebot ist riesig hier. Ihr kriegt hier im Prinzip alles. Gleich gehe zu Hause und dann werden die Korallen und die Einsiedlerkrebse angesetzt und die Schnecken. Ich bin schon ganz gespannt, wie das dann in einer Woche aussieht. Ich habe auch ein bisschen Technik mitgenommen. Technik in Anführungszeichen, das ist so ein Nachfüller, weil wir ja auch noch Urlaub machen. Klar, als Familie. Und dass da nicht zu viel Wasser verloren geht, können das nachgefüllt werden. Ja, ich nehme euch natürlich wieder mit. Ich hoffe auf eure Ratschläge und Tipps. Wenn ich mich etwas Bilder anstelle, dann schreibt es mir gerne. Und die ganzen Kommentare zum Thema Nachhaltigkeit und so könnt ihr alle schon euch stecken. Ich denke mal, da sind andere Stellschrauben für verantwortlich, wenn es um Überfischung der Meere geht, über Korallenzerstörung und andere Dinge. Ich habe jetzt aufgepasst, dass es hauptsächlich Nachzuchten waren und die hier auch in diesem Gebäude nachgezüchtet werden. Und ich denke, da verringere ich schon meinen Fußabdruck, so gut wie es geht. Und ich finde, dieses Hobby ist eigentlich dafür gemacht, um nachhaltig zu sein. Denn wir züchten ja Korallen nach, die es so in der Natur zwar noch gibt, aber nicht mehr in dem Maße, wie das noch vor 100 Jahren war. Deswegen ist das mein Statement dazu und es bleibt auch mein Statement dazu. Ihr überlegt euch da ein extra Video zu machen. Aber ich finde, dass dieses Thema von Leuten bearbeitet werden darf, die da auch mehr Einfluss haben als wir, kleine Aquarianer. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Vom Abschäumer. Habt ihr da Tipps? So sieht es aktuell aus. Stand fünfter, achter. Also ich glaube, jetzt läuft das fast drei Monate. Ich habe eben noch die Scheibe geputzt, aber die da drüben war ich nicht geputzt, dass ihr mal sehen, wie die Algenentwicklung ist. So nach nachher zwei Wochen hier unten. Nach zwei Wochen Scheibe putzen, eigentlich ganz gut. Ich habe hier die Korallen nochmal ein bisschen versetzt. Ich habe auch ein Problem da unter diesem Affenbaum. Affenbaum? Ja. War so, glaube ich. Ist eine Glasrose und ich kriege sie einfach nicht tot. Wer Tipps hat, schreibt mir. Bitte. Hier unten bilden sich auch so grüne Dinger. Kann mir jemand sagen, was das für eine Pflanze ist? Ich habe schon Google bemüht ohne Ende, aber ich weiß nicht, was ich eingeben soll. Also außer grünes Rüch. Meerwasser? Keine Ahnung. Hier seht ihr auch den neuen Kleber, den ich benutzt habe. So einen Plastikkleber. Der ist eigentlich ganz cool. Schnecken geht's gut. Einige haben sich tatsächlich aus dem Staub gemacht. Ähm, hier habe ich noch so eine Insel hingesetzt. Die habe ich so bekommen. Hier ist sozusagen mein Highlight. Und das hier sind leere Schneckenhäuser, aber zwei Einsiedlerkrebs, oder hat er jetzt gewechselt? Ein Einsiedlerkrebs meinte es ganz gut. Das hier ist seine alte Schale. So als Vergleich mit einem Finger. Und das ist seine neue. Ich habe die ein bisschen zu groß gekauft. Ähm, er hatte erst das da. Und das ist auch echt so ein 5-6 cm Oschi. Ich habe gedacht, ja, wenn ich XL bestelle, dann, ähm, wenn ich da so ein Sammelsorium bestelle, ist das vielleicht die richtige Größe, aber es ist einfach zu groß. Aber, ihm scheint das da drin nicht zu stören. Ihm gefällt das eher. Also, ähm, ja. Mal gucken, ne? Also hier, wie gesagt, dieses rote Zeug da, wie man da hinten noch ein bisschen sieht, ist jetzt hier vorne weg. Jetzt wird es so ein bisschen grünlich. Kriegt man aber sicher auch mit Putzen hin. Und man sieht es hier, so ein ganz leichter Grünfilm. Bis dahin habe ich sauber gemacht, um euch das mal zu veranschaulichen. Ansonsten, äh, ja, die, da kommt jetzt halt dieses ganze Grünzeug zu. An der Heizung und dann der anderen Tunze auch. Die hier ist mein Schatz. Die dreht sich auch immer witzig. Das ist ja für mich was ganz Neues, dass diese Koralle halt nicht der Stein oder das Harz gibt, das, ähm, alles hier, äh, bildet, sondern die Korallen letztendlich. Und man hat ja am Anfang noch nicht so viele, weil man sich ja erstmal einpaddeln muss. Aber diesen Affenbrotbaum, äh, oder wie der auch immer, der heißt, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Da kann man das nicht merken, ne? Ähm, die, äh, werde ich mir auf jeden Fall nochmal holen, weil die mir optisch gefällt. Und so eine auch. Ich hab den Namen leider nicht aufgeschrieben. Die Grünen gefallen mir jetzt nicht so hier. Äh, die sind aber gerade auch nicht offen, weil ich gerade hier drin rumgemäht hab. Da sind die dann direkt beleidigt. Und hier die rechts, die Gelben, die waren Mitbringsel. Da sieht man auch schön die Glasrose da unten drinne. Ich kann die auch nicht wegmachen, weil da mach ich diesen Affenbrotbaum oder wie auch immer der heißt da kaputt. Weil da ist so ein kleiner Stein noch dran, wenn man sieht. Neben der Glasrose, oh, wo ist mein Finger? Da ist so ein Stein nebendran. Da hängt die dran und dann hängt die noch an den anderen Steinen. Und die ist genau in dieser Ritze. Also keine Ahnung, wie ich die da rauskriege. Ich hab schon alles mögliche probiert. Wer Tipps hat, immer her damit bitte. Ja, ein paar Schnecken haben sich irgendwie selbst umgebracht. Aber sonst steht das Becken eigentlich ganz gut da. Pass auf diese Blasenbildung nach dem Wechseln vom Abschäumer. Habt ihr da Tipps, dass es nicht passiert? Vorher ausstellen? Oder habe ich auch schon gemacht, aber hat auch nicht in Erinnerung gebracht. So, ich stelle das mal wieder zurück auf Blue. Also ich habe es nicht so hell, dass sich die Algen natürlich jetzt nicht hier so entwickeln. Aber auch unter Blaulicht sieht das echt schnicky aus. Ich hätte es gerne oben im Wohnzimmer, aber hier unten ist das für mich erstmal einfacher zu lösen. Ja, den Kopfhörschung geht es auch gut. Wie gesagt, die müssen jetzt einmal gereinigt werden. Und den Simplex, äh, den Cupra geht es blendend. Die haben Nachwuchs gekriegt. Und den, äh, Imbellis geht es auch super. Die sieht man immer nicht. Und falls jemand fragt, das ist die Kamera, die ich mir zugelegt habe. Hat einen ganz guten Blick. Genau, in diesem Sinne schalte ich euch jetzt mal ein paar Videos ein. Los geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.